So, jetzt störe ich die Herren hier beim Einspritzen sozusagen, produzieren die Ferne und herkommen. Die Rente, wie nennt man es? Gefüllt. Dann kommen sie auf die Wagen zum Brünen. Hier kommen unsere geliebten Currywürste, gerade aus der Eräucherung, wurde mir erklärt. Dann müssen sie kühlen, dort in den Kühlraum.